Guten Tag, ich heiße Olajim Markovic und ich möchte kurz über Sie selbst erzählen. Ich wohne in der Ukraine und studiere im dritten Semester an der Universität in Mukachevo. Ich habe zehn Jahre in der Schule Deutsch gelernt und zwei Jahre an der Universität. Ich habe Deutscher Sprachdiplom B2. Meine Hobby ist Basketball. Ich spiele Basketball bereits zwei Jahre. Das gefällt mir sehr. In diesem Jahr möchte ich nach Deutschland fahren. Das ist eine sehr gute Möglichkeit für mich, meine deutsche Kenntnisse zu verbessern, der Welt zu sehen und auch etwas zu verdienen. Ich bin freundlich, auch kommunikativ, fleißig in der Arbeit und komme mit jeder Arbeit zurecht. Einige Erfahrungen habe ich auch in der Gaststätteindustrie. Dort habe ich drei Monate gearbeitet. Wenn Sie weitere Fragen an mich haben, dann würde ich sehr glücklich in einem personalischen Gespräch beantworten. Ich bin sicher, wenn Sie mich wählen, werden Sie mit mir zufrieden sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.